Ein Ford Grand C-Max mit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Van ist fünftürig, bietet Platz für 7 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelden, Navigationssystem, ESP, Bordcomputer und noch vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 150 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 26.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.